und so leute was geht hier ist euer peppy gamer am start wir machen wir machen heute kein minecraft video eine kurze info morgen ist morgen mache ich einen minecraft livestream auf nicht auf diesem channel auf meinen neuen youtube kanal ich packe immer meinen youtube kanal in die beschreibung rein ihr könnt gerne da ein like da lassen kann ich dann ein abo da lassen und die glocke zu aktivieren morgen um 15 45 livestream auf mein nicht auf peppy gamer auf lomsy lomna hd youtube packe ich natürlich auch in die beschreibung rein ihr müsst ich habe immer youtube kanal doppelpunkt und dann müsst ihr einfach auf das blaue drauf drücken weil warum mache ich nicht mehr auf mein hauptkanal auf mein hauptkanal kommt jetzt nur unregelmäßige videos und mein neun youtube kanal da kommt jetzt fast jeden tag ein regelmäßigen video gerne mein neun youtube kanal abschicken aber da lassen natürlich glocke zu aktivieren bei morgen kommt ein minecraft style stream wir haben ein minecraft server gebaut mit der maxi 44 da steht offener und admin ihr könnt gerne morgen um 15 45 hier rein steuern dann könnt ihr hier was bauen und ja das war's das video bitte alle auf mein neun youtube kanal aber da lassen und glöcke aktivieren bis in die beschreibung das war das video bis nächstes mal und peace